Kommt mir! Aber ich bin ja Versorger. Oh, ist mal ein Loch eingeschossen? Diese Japaner, die sind so klein und so flink. Mann, ich repariere hier, lasst mich in Ruhe. Mann, aua! Gleich reiß ich dir den Sack ab. Mit seinem Stecknadelkopf. Und er zappelt. Was will man machen? Ja! Du Arsch! So, der Nächste bitte! Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Rann auf dem Gute-Laune-Schlachtfeld. Heute mal bin ich als Versorger unterwegs. So, rein in die Kiste. Ab geht's! Mal sehen. Oh, da bin noch einer mit. Oh, da vorne auch noch. Ja. Ich bin ja so sozial und warte auf sie. Mal sehen, was uns heute erwartet. Ich bin schon gespannt. Lass mal ein paar dicke Mumpeln rausrotzen hier. Äh? Bis jetzt leider noch nichts getroffen. Hey! 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 Komm, 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 komm! Japp! Der schießt nie wieder auf mich. Diese Nachtjacke! Hinterhältiger welcher. So, hier hoch. So, hier hoch. Richtung Hotel. Oder Fitnesshaar. Oh, da. Komm, hier! Hier noch. Da war noch einer. Wie er noch aus dem Fenster gesprungen kam. Was wollte er eigentlich? Mich? Fährt da einer? Oh, da drüben läuft einer. Da drüben lief einer! Wollte er mich eigentlich mit seiner Pistole erschießen? Wirst du hier drüber fahren, drüber fahren? Ach, schade, er war tot. Schade, schade, schade. Den hätte ich gerne überfahren. Ich sehe nichts mehr. So, über die Brücke da, glaube ich, komme ich nicht durch. Keine Ahnung. Ich fahre mal hier unten lang. Panzer hatten wir auch noch nie, oder? Kann ich mich nicht erinnern. Dass ich euch jemals mit meinen Panzerfahrkünsten verwöhnt habe. Oh, ich qualme. Ja, mein Panzer, er muss zur Reparatur. Ah, da vorne ist so eine Reparaturstation. Aber ganz ehrlich? Ich habe die noch nie benutzt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das Ding funktioniert. Repariert er sich jetzt von selbst? Ey, wer fährt hier meinen Panzer? Nö. Aber ich bin ja Versorger. Oh, ist mal ein Loch reingeschossen? Scheiße, meinen eigenen Panzer. Ich kann ja selber reparieren. Haha, wäre ja gelacht. Wenn wir das Ding ja nicht heil wieder rauskriegen. So, rein. Weiter geht die wilde Fahrt. Schade, ich dachte, da war einer zum Wegbügeln. Wer da? Oh ja. Sieht nicht so aus. Wir haben aber A verloren. Wir müssen zur A zurück. Also, heißt das jetzt Richtung A. Unser scheiß Hotel wurde wieder zurückerobert. Der blockiert mir den Weg. Au. Au. Alter. Scheiße. Das Flugzeug, Alter. Mann. Ich repariere hier. Lasst mich in Ruhe. Mann. Aua. Komm, komm, komm. Mein Panzer. Ist doch alles, was ich habe auf dieser Welt. Warte mal, wo ist der? Au. Wo steckst du, Ratte? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh. War das jetzt mein Panzer in der Luft geflogen ist? Scheißegal. Ich will diesen Eimer suchen, der mich hier beschossen hat. Als ich meinen Panzer repariert habe. Hinterrücks. Einen Mechaniker zu erschießen, ist ja wohl eine Leichtigkeit. Nö, ich sehe niemanden. Munition. Ja, ich weiß. Ich bin so sozial, so sozial. Ich glaube, links ist da jemand gerannt. Da. Mann. Ich kann nicht schießen. Da. So, jetzt werde ich als Sniper mich verdingen. Komm rein in der Knarre. Ui. Kein Versorger mehr, wie man sieht. Ich besinne mich auf meine alte Tugend. Das Sniper-Kunst. Oh, oh. Da vorm. Bab, bab, bab. Da tat gar nicht dergleichen. Nein. Ja. Geil. Was war denn das für ein Sprung, Junge? Mach das nochmal. Hat jemand die Hütte zugenebelt? Oh. Ey. Im Schützengraben kann man sich laben. Oder kann man den Feind mit Kugeln laben? Ein Labsaal. Ich will euch doch nur in den Schädel schießen. Oh, ein Arbeitskollege. Einer aus meiner Zunft. Alter, wer war denn gestern das Bier saufen? Lange nicht gesehen. Yep. Ein erster schöner Headshot. Wie er mir schmeckt. Äh. Wo schieße ich denn wieder hin? Die sind aber auch so... Diese Japaner. Die sind so klein und so flink. Man trifft sie nicht. Oder feuern sie schon aus dem Bunker wie die Geistesgestörten. Sniper! Aua! Rettung! Danke! Danke, mein Bester! Ich werde es dir nie vergelten können, wollen, sollen, dürfen, möchten, müssen. Keiner hier. Wir pirschen uns mal... Oh, da war... War da einer? Ein verletzter... Ich baue erst mal hier meine Antenne hin. Damit ich da wieder schön, falls ich erschossen werde, nicht so weit laufen muss. Mein Schlüpfpunkt. Meine Schlüpfstation. Die Schlüpfstation wartet schon. Au! Noch nicht. Wer ist... Mann! Truppsporen bei Wolf 11 im Panzer. Doch mich hält es hier nicht. Ich muss raus. Ich brauche frische Luft. Ich liebe es, wenn mir die Gugeln um die Nase fliegen. Und in den Panzer ist das alles scheiße. Ach, schade, da lag noch ein Bündel... Bündelmunition. Das ist mir gerade durch die Lappen gegangen. Hier meine Schlüpfstation. Yo! Mama! Da brennt die Muschi! Oh, da fahren sie wie die... Die Kameraden, Junge. Stürmen förmlich. Wo ist denn das Ding? Da hat gerade was auf mich geschossen. Was Großes, Schweres, Fettes. Ah, da oben. Da oben. Schieß ihn raus. Er schießt auf mich, Alter! Das schreit nach Rache! Ich sehe nichts. Hoch hier. Wir müssen uns ein bisschen... Bewegen! Ich bin tot. Meine... Du musst... Oh! Schöne Frau! Rettung! Was gibt es Schöneres, als von einer schönen Frau gerettet zu werden? Ja, ihr Gesicht war etwas verschmiert. Kohle verschmiert. Aber... Man will nicht klein nicht sein. Er schießt schon wieder auf mich, Alter. Ah! Meine Schlüpfstation steht noch. Dann sporn ich doch glatt mal wieder bei meiner Schlüpfstation. Und jetzt... Schreit's nach Rache! Diesen Typen da hinten aus seiner... Sechs Fünter muss ich rausschießen. Den muss ich einfach... Er schießt schon wieder auf mich, Alter. Ist er behämmert? Ich werde ihn doch wohl heute noch mal treffen. Irgendwie nicht. Entfernung ist auf 300 Meter eingestellt. Ui, das war knapp. Er hat sich eingeschossen, der Hund. Oh, ah! Ein Treffer hat er kassiert. Jetzt, jetzt geht ihn bei Arsch auf Grundeis. Junge! Gleich reiß ich dir den Sack ab. Oh, oh, au! Nein! Meine Schlüpfstation ist weg. Oh, Mann! Schnell wieder runter an den Strand. Neue Schlüpfstation positionieren. Oh, da hinten hebt einer ab. Schlüpfstation. Hier, komm. So, und jetzt? Sechs Fünter, warte, ich komme. Du elender Hundesohn. Ja, kurzer Blick. Langsam, langsam. Ist er das da hinten? Das ist er doch, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht so gut. Ich muss näher ran ans Geschehen. So, jetzt? Sechs Fünter sagt Tschüss zur Welt. Sag auf Wiedersehen. Nach da oben hätte ich angesehen. Ist da keiner mehr am Sechs Fünter, oder was? Hm. Da kommen die Kameraden wieder mit ihrem Boot. Doch, jetzt laufen soll. Jetzt, jetzt wird da sechs Fünter wieder besetzt. Da sitzt er drin. Kraft Koks. Mann! Man sieht ihn kaum, aber. Sein Stecknadelkopf. Und er zappelt. Nach, nach, nach. Komm, Junge, mach hin. Da. Oh, oh, oh. Ich treffe ihn nicht, Alter. Ja! Ja! So, der Nächste, bitte. Sein fetter Kollege hat mich, hat die, hat die Wumme übernommen und mich wegrasiert. Aber sie sehen mich, just. In dem Moment. Was will man machen? Ja, endlich mal! Oh, da kommen sie an! Hitmarker, wie immer. Hallo! Ja, Alter! Ja! Friss das, Junge, friss das! Und du auch! Ja, geil! Oh, oh! Jetzt haben sie sich auf mich eingeschossen. Gibt irgendwie nichts mehr zu tun für mich. Doch, da. Da! Ja! Ja! Ja, da, 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 du! Uh! Wieder Körpertreffer. Nein! Nein! Deco! Uh, ui! Weg! 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 Jetzt hat der scheiß Lewis-Gun rumliegt. Rumlungert. Da! Ja! Haha! Hallo! Da, da ist ein Kumpel. Bam! Yes! Jetzt geht's ab hier! Jetzt geht's ab! Da schießt doch schon wieder einer rum hier. Das ist ein Panzer oder was? Ja, 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 ja. Ja, 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 Panzer, Panzer, aller. Da lasse ich meine Finger davon. Ich bin froh, wenn er mich nicht sieht. Treibt sich vielleicht hier noch irgendwo feindliches Gesocks herum. Gott. Da repariert doch einer den Panzer, oder? Schnell in Sicherheit bringen. Da liegt einer. Da lag einer. Sehr schöner Headshot. Sehr schön. Klopfe ich mich gedanklich selber auf die Schultern? Im Geiste bin ich schon, habe ich schon gewonnen. Na gut, ich stürme mal ein bisschen vor Richtung Bertha. Ah, Bertha, ja, stimmt. Bertha. Da oben. Da oben. Ja! Ja! Du Idiot! Na warte, ich merke mir, wo du bist. Dich knall ich ab. Dich knall ich ab, eiskalt! Was bin ich für ein beschissener Sniper? Na gut. Meine Sniper hat etwas hergestellt wieder. Wir haben noch 200 Seelen zur Verfügung. Oh, da liegt er wieder. Er lernt es aber auch nicht. Er lernt es nicht. Ich meine... Gut so. Schön. Oh, ja, schon mal Kill. Da gab es einen Headshot gratis, sozusagen. Getroffen. Aber nicht getötet. Da war er. Aber bewegt er sich zu schnell wie so eine kleine Ameise. so zapplich. Oh, au, au. Unten ist wieder einer. Gut, Kumpel. Danke, danke. Danke, bester Mann. Sehen Sie, er wollte sich schon wieder hinterrücks anschleichen hier. Da markiere ich mal mit einer Minifläche. Was ist denn nur mit den Flares los, Alter? Den brauche ich auch gar nicht markieren. Sehe ich die so. Warte, da ist einer! Steckt die Sau. Mann! Alter, mach ihn doch kalt! Boah! Er kommt! Ja! Uh! Alter! Allerhöchste Eisenbahn gewesen. Das war kurz vor knapp. Liegt da hinter seinem schimmlichen Bretterstapel. Da kommt noch wieder einer. Ein Sniper. Er hat... Ja! Ja, 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 hat, er hat. Ja! Du Arsch! Ha! Das hast du dir so gedacht. Ja! Der hat dahinter... Oder irgendeiner seiner Scheiß-Kameraden. Ja! Etwas Genugtuung macht sich in mir breit und lindert mein Leid. Mein Leid! Oh, da kommt er schon wieder! Was hat er da? Eine Schaufel in der Hand oder was? Nee, er sniped. Er sniped! Alter! Mach ihn weg! Hey! Mach ihn weg! Was soll jetzt? Komm, 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 komm! Ah! Ja! Ich weiß gar nicht, was er dort für Zauberkunststücke veranstaltet hat, aber war er tot. Ich glaube, er wollte irgendwas. Ich weiß. Raketenwerfer oder so was selbst aus. So, dann schleiche ich mich mal von hinten an hier. Niemand rechnet hier mit mir. Alter, verrat doch nicht meine Position! Meine Position ist bekannt! Au! Hitmarker Allah! Shit! Alter, fehlt! Wir haben noch 18! 18! Gleich! Es ist passiert! Es passiert! Wirklich! Wir verlieren! Und ich habe mit meinen Scheißkünsten meinen Teil dazu beigetragen. 25 Kills! Mittelfeld! Na gut! Danke fürs Zuschauen! Und bis Zuschauen! Und bis bald! Tschüssi! und da Tschüssi! Alles, Untertitelung des ZDF, 2020